und es geht direkt mit der nächsten aufgabe weiter diesmal geht es um die leuchtfeuer und zwar muss man das ganze stufe zwei oder höher machen ich habe jetzt hier nur noch ein leucht feuer übrig also das ist übrig muss ich noch machen besser gesagt also und ich wollte euch zeigen wie wir das ganze machen können es geht darum ich habe jetzt hier gewürfelt und habe ein verstärkungs leuchtfeuer gekriegt da das keine rolle spielt welches leuchtfeuer dann immer dieses feld und aktivieren es darauf leuchtfeuer heißt eigentlich nur dass man ein bach darauf hat mehr nicht also es könnte auf jedem feld auch von anfang an schon drauf sein müsste einfach nur diese felder hier abschließen wo der bach drauf ist und dann zählt das auch schon wir machen eben den elite hier die machen wir eben damit wir die aufgabe erfüllt haben gefällt ja nur noch einer also es heißt nichts anderes man muss die felder wo immer aus raus sind es kann auch ein spaßschwein sein es kann alles sein ob sache da ist ein bach drauf und so schließt man es ab man kann auch natürlich wieder die simulation immer wieder neu starten was wir vorhin auch schon hatten um einfach nur die maps von anfang an direkt im zweiten feld zu aktivieren man kann auch beides dann nach verbinden also die dritte aufgabe die ich hatte und das was ich jetzt mache dann kann man das zusammen machen anders da unten dass wir mit dem elite ich bin der schwierigkeit stufe drei aber soll uns gar nicht stören um sache wir füllen langsam aber sicher die aufgaben und dann muss ich gleich noch schauen wie ich den goldenen aufgabe kriegen ich vermute ich muss die schwierigkeit zwei durchspielen dann kriege ich die automatisch also und jetzt müsste ich es erfüllt haben das ist mir eigentlich das macht völlig egal auch ich alles nicht so und es ist es verbracht muss das sein gewesen genau es ist verbracht ja es ist fertig wir haben die nächste aufgabe freigeschaltet bekommen auch gleich zu und das war es mit der aufgabe ist so mess mal